Warum die GmbH und QKG nicht die richtige Rechtsform ist, um Steuern zu sparen, wenn ich hohe, nachhaltige Gewinne habe und wie wir bei der Umstrukturierung einer GmbH und QKG in einer Holding-GmbH-Struktur über 140.000 Steuern uns aus dem alten Jahr noch zurückgeholt haben und für die künftigen Jahre eine Steuersparnis von über 180.000 Euro erzielt haben, schauen wir uns heute mal in diesem Video an mit einem echten Praxisbeispiel. Wir rechnen das gemeinschaftlich durch und schauen, wie wir in die neue Struktur gekommen sind. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und Geschäftsführer Partner der Köber & Partner Steuerungsgesellschaft und wir haben uns in der Kanzlei seit vielen, vielen Jahren auf das Thema Steuergestaltung spezialisiert, denn wir unterstützen Mandanten nicht nur, wie sie die Steuerlast optimieren und ihre Steuern optimal steuern, sondern auch, wie sie dadurch das Vermögen besser schützen können und, und das schauen wir uns heute in dem Beispiel mal an, welche Rechtsform sich dazu eignet und wie ich Steuern aus dem alten Jahr noch zurückholen kann und aus dieser gewonnenen Liquidität mein Unternehmen schneller zum Wachsen bringen. Denn wir steuern in Zukunft auch deine Steuern. Und wenn du Interesse hast und überlegst, dich umzustrukturieren und wissen willst, wie du auch fünf- oder sechsstellig Steuern sparen kannst, dann schick uns gerne eine Anfrage, denn wir beraten dich nicht nur, sondern wir setzen das Ganze auch mit dir um und begleiten dich auch langfristig und wie wir das in der Praxis dann auch beraten und umsetzen und welche Strukturen da in Frage kommen, schauen wir uns heute mal auch mit einem echten Rechenbeispiel an. Melde dich dazu gerne bei uns, wir begleiten dich von A bis Z, einfach per E-Mail unter Anfrage at körper-partner.com oder über unsere Homepage www.körper-partner.com gerne einfach auch anrufen. Wir analysieren deine Ist-Situation, strukturieren dich um und begleiten dich langfristig vom Finanzamt, denn in Zukunft steuern wir nicht nur deine Steuern, sondern schützen auch besser dein Vermögen. Warum ist die GmbH und KUKAG keine gute Rechtsform, um Steuern zu sparen? Weil die GmbH und KUKAG auf der Einkommenssteuerseite ist. Die Gesellschafter dieser GmbH und KUKAG, in der Regel natürliche Personen, versteuern ihren kompletten Gewinn mit Einkommensteuer. Und wenn ich hohe und gute Gewinne mache, naja, dann bin ich relativ schnell bei 42% und da spreche ich beim Ledigen schon bei 60.000 so versteuernden Einkommen. Also, da muss ich kein Multimillionär sein, um ab 60.000 schon beim Grenzsteuersatz 42% zu sein. Deswegen jeden mehr verdienten Euro, den ich dann über meine GmbH und KUKAG reinverdiene, kann ich mental schon mal die Hälfte ans Finanzamt überweisen. Und das ist eine beklemmende Situation, vor allem auch für den Unternehmer, weil er das Gefühl hat, er arbeitet nur fürs Finanzamt, aber glücklicherweise können wir das lösen. Denn eine GmbH und KUKAG lohnt sich nicht, um Steuern zu sparen, wenn ich gute, nachhaltige Gewinne erziele. Deswegen können wir aus so einer GmbH und KUKAG ohne Probleme eine GmbH machen und sogar eine GmbH Holdingstruktur. Und das haben wir in dem Fall für den Mandanten auch gemacht. Und das Ganze geht sogar rückwirkend. Also die GmbH und KUKAG lohnt sich nicht, denn hier zahle ich viel zu viel Einkommenssteuer. Also haben wir das Ganze beendet und haben aus der KG über einen Formwechsel in dem Fall, gibt es noch andere Umwandlungsformen, in dem Fall haben wir den Umsformformwechsel bedient, steuerneutral eine GmbH gemacht und das Ganze sogar acht Monate rückwirkend. Und jetzt ist es ganz cool, denn ich kann diese acht Monate Rückwirkungszeitraum nicht bis zum August, zum 1.1., sondern ich kann die immer wählen. Also ich kann acht Monate zurückdatieren. Häufig wählt man dann den August und sagt hier spätestens bis zum August bitte umwandeln, weil dann ist der Stichtag genau der 1.1. Und dann muss ich hier keine Zwischenbilanz aufstellen. Ich zeige euch aber heute mal in diesem Beispiel, warum es auch extrem sinnvoll sein kann, diesen Einbringungsstichtag nicht auf den 1.1. zu wählen. Und schauen wir uns das mal in einem Zeitstrahl an, wie das Ganze denn zeitlich jetzt abgelaufen ist. Und zwar haben wir hier, ich mache mal 0.1.21, also den 1.1.221, dann sagen wir haben wir hier 10.21, also der Oktober, das war der Einbringungsstichtag, hier haben wir sozusagen eingebracht, das war der Einbringungsstichtag, dann machen wir hier den 12.21, also der 31.12. Jahreswechsel zum Jahr 2022, dann haben wir hier im Mai, also 0.5.22, das heißt hier war der Notartermin, also haben wir hier den Rückwirkungszeitraum, in dem Zeitraum haben wir fiktiv getan, als wenn es da schon die GmbH gegeben hätte. 0.2.22, das heißt hier machen wir dann noch Dezember 2022 und jetzt 0.3.23, also im März 2023 haben wir dann die erste Ausschüttung vorgenommen. Weil hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich zwischen Mai und Dezember hier eben nicht ausschütte, keine Ausschüttung, denn hier würde ich sonst gewerbesteuert sein. Aber vom zeitlichen Ablauf her, schauen wir uns mal an, wieso wir die 8 Monate Rückwirkung nicht jetzt am 01.01. umgewandelt haben, sondern sogar noch ins letzte Quartal von 2021 gegangen sind, denn wir haben uns die BWA angeschaut für das Jahr 2021 und haben uns angeschaut, der Mandant kam im April auf uns zu mit der Strategieberatung und im Mai waren wir beim Notar. Also das Ganze kann ich auch relativ schnell umsetzen, denn wir können auch gewährleisten, diese Einbringungsbilanzen zeitnah zu erstellen. Das muss keine Monate dauern, wenn es darauf ankommt und hier um einiges geht, dann können wir das alles auch zeitlich machbar reinschieben. Und wie haben wir das dann in der Beratung analysiert? Naja, wir haben geschaut, okay, wie war denn der Gewinn in 2021? Lohnt es sich, noch ins alte Jahr zu gehen? Also wie ist der Gewinn hier in diesem Zeitraum gewesen, im ganzen Jahr 2021? Und dann haben wir die Monats-BWA angeschaut, also geschaut, in welchem Monat welcher Gewinn erzielt wurde. Der Mandant hat natürlich schon bilanziert in der GWA und KUKG, also konnten wir wirklich tages- oder monatsgenau sehen, bis wohin war der Gewinn wie hoch. Der Gewinn in 2021 war sensationell 1,4 Millionen Euro. Aber das ist nicht auf jeden Monat gefallen, sondern von Januar bis Ende September war der Gewinn nur 400.000. Und im letzten Quartal, da war der Gewinn allein 1 Million. Das heißt, wir haben in dem Zeitraum nur 400.000 Gewinn. Und im letzten Quartal hatten wir dann 1 Mio-Gewinn, also 1 Million. Und diese 1 Million, die konnten wir durch die Rückwirkung dann schon günstig versteuern in der GmbH mit ca. 30%. Statt hier auf der GmbH und KUKG-Ebene, also als natürliche Person mit 45%. Denn bei dem Gewinn, so im Moment, bin ich nicht mal bei 42%, sondern da sprechen wir dann schon von 45% Steuerbelastung. Und die haben wir dadurch vermieden und haben dann auf die 400.000 eben, nur auf die 400.000, ist natürlich auch ein Riesenbetrag, die 42% oder, dass wir es einfach rechnen können, haben wir die 45% genommen, 45% Steuerbelastung gehabt. Und die 1 Mio., die konnte ich statt mit 45 mit 30 und ab dem Jahr 2022 hatte ich natürlich dann immer die 30%. Und ich konnte das Geschäftsführergehalt selber festlegen und 400 Euro hat der Mandant nicht gebraucht für den Konsum, sondern wir haben hier nur 100.000 ausgenommen, verheiratet mit Kindern. Das hat gereicht für den Konsum und nur das versteuern wir Einkommenssteuer. Also das Coole daran ist durch die Umstrukturierung, wir steuern jetzt die Steuern und bestimmen, wie viel Einkommenssteuer gezahlt wird, indem wir das optimale Geschäftsführergehalt berechnen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie diese Steuersparnis zustande kommt oder in Zahlen. Und zwar 1,4 Mio. Das ist die alte Steuerbelastung in der GmbH und KUKA, hier fließt voll in die Einkommenssteuer rein. Sonderausgaben, klar, kann ich alles abziehen, haben wir aus Vereinfachungsgründen mal weggelassen. Das heißt, hier fallen dann an 45% Einkommenssteuer bei dem Betrag plus 5,5% Soli. Aber der Soli bezieht sich natürlich nur auf die Einkommenssteuer. Und da kommen eben Steuerzahlungen raus bei 45% von 630 plus den Soli sind nochmal ca. 34.000. Also gesamt bin ich bei hier 664.000 Einkommenssteuerbelastung. 664.000 Einkommenssteuerbelastung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist, weil wir diese 1,4 Mio. teilweise rückwirkend in die GmbH gebracht haben, durch den steuerfreien Formwechsel. Wichtig ist natürlich, wir konnten jetzt nicht die ganzen 1,4 Mio. in die GmbH packen, weil wir können ja nur 8 Monate zurückdatieren und weil wir im Mai erst beim Notar waren, konnten wir dann nur bis Oktober zurückdatieren. Aber dadurch, dass der Mandant nicht jeden Monat den gleichen Gewinn hatte, sondern im letzten Quartal einen extrem hohen Gewinnanteil hatte und in den drei Quartalen davor nur 400.000 der Gewinnanteil war, hat es sich mega gelohnt, hier trotzdem ins alte Jahr zurückzugehen, eine Zwischenbilanz zu erstellen, denn die Steuersparnis ist extrem hoch gewesen. Und das schauen wir uns jetzt mal in Zahlen an. Denn die neue, also nach Umstrukturierung, da müssen wir natürlich erstmal anschauen, okay, wir haben die 400.000, die versteuern wir ja ganz, und wir haben die 1 Mio. Nun, die 400.000, die versteuern wir ja ganz normal, wie jetzt hier drüben auch, dass es vergleichbar ist mit 45% plus die 5,5% Soli. Da sind wir hier bei 180.000 plus circa 10.000, also in der Summe sind wir hier bei 190.000 Einkommenssteuerbelastung. Weil die 400.000 sozusagen im Q1, Q2, Q3 angefallen sind, sind die natürlich noch in die Einkommenssteuer geflossen, und auf die Mio. zahle ich eben 15% Körperschaftssteuer plus den Soli plus circa 15% Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer sind 150.000 und die Körperschaftssteuer sind auch 150.000 plus circa 18.000 Soli noch dazu. Das heißt, hier in der Summe bin ich dann bei 318.000 Steuerbelastung auf Ebene der GmbH. Wenn ich das natürlich jetzt noch addiere, mit der Steuerbelastung von der Einkommenssteuer, komme ich hier eben auf eine Gesamtsteuerbelastung von 508.000. Und die alte Steuerbelastung 664.000 minus die neue 508.000, allein dadurch haben wir eine Ersparnis von 156.000. Und das nur für 2021 und das auch nur für Q4, also für das letzte Quartal. Also nur, weil wir die letzten drei Monate noch mitgenommen haben, haben wir 156.000 sogar Steuern gespart im alten Jahr noch und im neuen Jahr ist der Gewinn ähnlich gewesen, 1,4 Millionen. Ja, da war die Steuersparnis sogar noch mal etwas höher, weil wir diese 400.000 nicht in der Einkommenssteuer versteuert haben, weil wir uns nur 100.000 Geschäftsführergehalt ausbezahlt haben. Also hatte ich sogar noch mal auf diese 300.000 die Steuersparnis zwischen 45 und ca. 30%. Also da sprechen wir zusätzlich dann noch mal von ca. 45.000. Also da komme ich dann auf eine Steuersparnis von ca. 200.000 ab dem neuen Jahr. Also Jahr 2021 bis die letzten drei Monate 156. Im Jahr 2022 noch mal 200.000 Steuersparnis und in den Folgejahren, wenn der Gewinn weiter so konstant bleibt, bleibt es immer, umso höher der Gewinn, umso höher die Steuersparnis. Also diese, allein diese Steuersparnis, die refinanziert für das letzte Quartal schon bei weitem die Investitionskosten in die Strukturberatung, in die Umsetzung und in die Erstellung der Zwischenbilanz. Deswegen empfehlen wir Ihnen, wenn Sie hohe Steuern zahlen und eine GmbH und KUKA gehen, ein Einzelunternehmen, eine GbR, also eine Rechtsform haben, wo Sie alles in der Einkommenssteuer versteuern müssen, melden Sie sich bei uns. Schicken Sie uns Ihre Zahlen auch aus der Vergangenheit, wir analysieren, wir schauen uns die BBAs, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, ganz genau an, schauen in welchem Monat welche Gewinn erzielt wurden und steuern Ihre Steuern dann optimal, auch noch rückwirken und holen uns unter Umständen eine sechsstellige Steuersparnis. Wir analysieren Ihren Istfall, dann machen wir einen Plan, wie wir das Ganze umsetzen, wenn es zeitkritisch ist, setzen wir das Ganze auch zeitnah um und betreuen Sie natürlich auch gerne langfristig vor dem Finanzamt. Schicken Sie uns dazu einfach jetzt gerne Anfrage unter anfrage.kümer-partner.com per E-Mail oder über unsere Homepage www.kümer-partner.com oder rufen Sie gerne an und schicken Sie uns die Unterlagen und lassen Sie auch Ihre Steuern in Zukunft von uns optimal steuern. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, hinkt der Vergleich, hinkt meine Vergleichsberechnung, weil der Gewinn ist jetzt natürlich erstmal in der GmbH, in der GmbH und KUKG habe ich in dem Privatvermögen und wenn ich ihn aus der GmbH wieder ausschütte, muss ich nochmal 25% zahlen. Nein, so ist es natürlich nicht. Kein Mandant schüttet am Ende des Jahres den Gewinn voll aus und so ist es in der Praxis auch nicht. Im Gegenteil, man will das Geld, weil wieso sollte ich so viel ausschütten, dann kann ich auch meinen Geschäftsführergehalt erhöhen. Man will einen Teil des Gewinns oder einen Großteil des Gewinns in der Firma lassen, für Investitionen die Firma aufbauen, in der Holding selber Geld zurücklegen und da mache ich mir natürlich von der niedrigen Steuersparnis und dem Zinseszinseffekt extreme steuerliche und Vermögensaufbau technische Vorteile gegenüber einer GmbH, KUKG oder dem Einzelunternehmer. Und ich kann den Gewinn sehr wohl aus einer GmbH auch ausschütten, ohne diese 25% auszulösen. Wenn ich das zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Höhen oder mit der richtigen Steuerstrategie mache, dann zahle ich hier nicht zwingend nochmal 25%. Und wenn dich das interessiert, wie ich da hinkomme, denn wir begleiten die Mandanten nicht nur bei der Beratung, bei der Umsetzung, sondern wir betreuen sie langfristig in allen Lebensphasen, auch in der Phase Steuerung der Zahlungsströme, wie komme ich an das Geld, steuergünstig wieder ran, dann schicke uns eine Anfrage. Einfach eine Anfrage at körper-partner.com oder über unsere Homepage www.körper-partner.com Schicke uns deine Unterlagen. Ich analysiere deinen Fall. Wir bauen für dich die beste Struktur und wir betreuen dich als partnerschaftlicher, strategischer Steuerberater langfristig, damit deine Steuer nie mehr das Maximum ist, sondern immer das Minimum ist, das der Gesetzgeber von uns verlangt. Ich freue mich auf deine Anfrage. In Zukunft steuern wir auch deine Steuern. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Du bist zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.